Von diesem jungen Mann hier könnten wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger. Gut, Rüdiger. Und mit der Wahrheit hat er es halt auch nicht immer so. Aber das schauen wir uns jetzt genau an. Wir sind bei Winklers Liste und wir sind mal überrascht, der Greenscreen ist an. Wir sehen tatsächlich nicht mehr diesen grünen Lappen im Hintergrund und Teile der Wand und Poster, was da noch so alles ist. Aber man muss auch sagen, Reini sieht nicht mehr so wirklich gesund aus. Man hat das Gefühl, der Bauch hat langsam begonnen, um den Kopf herum zu wachsen. Naja, ein bisschen mehr spazieren gehen und ein bisschen weniger Scheiße fressen wäre vielleicht ganz gut. Aber egal. Wir gehen ins Video. Ja, Kommentarvideo mal etwas anders. Ich habe mir überlegt, ich werde in Zukunft mal versuchen, es ein bisschen über OBS aufzunehmen, weil ich über OBS andere Möglichkeiten habe aufzunehmen. Also wir sind jetzt nicht aus einem Livestream oder so. Es ist im Prinzip ein ganz normales Kommentarvideo. Der Vorteil an dieser Art von Einstellung ist beispielsweise das hier. Ja, ganz toll, Reini. Irgendwelche komischen Geräusche einzuspielen ist jetzt nicht unbedingt das, wofür man OBS gebrauchen kann. Aber du hast recht. Man kann mit OBS Aufnahmen machen, so wie ich das auch gerne mache. Aber man kann mit OBS streamen. Dafür ist das Programm auch geeignet. Dafür ist es gemacht. Das solltest du vielleicht öfters nutzen. Als YouTube-Profi solltest du das vielleicht auch wissen, wofür das Programm da ist und was es kann und was es nicht kann. Es gibt viele Erklärvideos auf YouTube. So habe ich das ja auch gemacht. Man muss sich ja erst mal mit so einem Programm ein bisschen vertraut machen. Wissen, welche Einstellungen man vornimmt und wissen, was es alles kann. Und natürlich, man muss sich damit beschäftigen. Aber ich bin mir sicher, das hast du nicht gemacht. Ich könnte zum Beispiel auch Bilder einblenden und solche Sachen. Das werde ich mir für die Zukunft überlegen. Ich habe mir jetzt extra einen Writer dafür gemacht. Reini, ich habe eine super Idee. Lass das einfach. Keiner will irgendwelche nervigen Geräusche oder irgendwelche komischen Bilder, die eingeblendet werden. Überhaupt keinen Bock drauf. Ein Writer, Writer, wie auch immer. Weil die Leute machen sich immer in meiner Aussprache lustig. Ich habe mir gedacht... Ach Quatsch, das stimmt doch überhaupt nicht, ne? Wir machen es so, dass wir uns das Video kurz anschauen und dann auf die Kommentare eingehen. Dafür habe ich mir jetzt das neueste Video überlegt. Da habe ich auf etwas reacted und habe mir gedacht, wir machen das einfach mal so. Und hier sind quasi die Kommentare und die würde ich jetzt vorlesen. Werde ich löschen, werde ich bannen, werde ich melden, wie auch immer. Äh, dann, äh, das hier ist ein Kommentar. Ich glaube, den braucht man nicht wirklich lesen. Das ist ein Typ, der... Wieso sollen wir das denn nicht lesen wollen? Der hatte wohl auch keinen Bock auf Meddelnachwuchs. Wo ist denn Reiniges Problem da, dass wieder Meddeln da steht, so wie er es auch immer ausspricht? Der hat, äh, der scheint Daniel Richter als Profilbild zu haben. Äh, ja, ist doch ein guter Freund von dir. Jeder mag Daniel Richter. Im Maller halt. Super Typ. Äh, finde ich persönlich nicht cool. Genau, außerdem ist der Kommentar ja auch löscht. Ach, Reini, stell dich nicht so an. ...kenswert, also hauen wir ihn raus. Reiner hat Erfahrung. Aber immerhin ist mein Name richtig geschrieben. Das ist ja schon mal was. So. Ne, die Frage ist aber, womit? Ich meine, wir hatten ja schon mal Lust, Lord-Videos. Und wir wissen, dass du davon schon mal keine Ahnung hast, wie es mit dem anderen Geschlecht aussieht. Das ist ein Kommentar, den können wir ignorieren. Buddel den aus, frag ihn. Ja, um wen, um wen kann es denn da gehen? Also, ich kenne nur eine Person, die aus Buddeln kommt. Dann muss ich mal kurz jemanden aus meinem WhatsApp rausballern, weil wieder jemand ignoriert, dass ich ein Privatleben habe. Ja, Reini, das ist ganz, ganz wichtig. Das sollte man auch immer während einer Aufnahme machen. Ich mache das ja auch gerne so. Zwischendrin gehe ich mal für eine halbe Stunde weg, koche was, gehe mal zwischendurch duschen. Ganz normal, einfach weiterlaufen lassen währenddessen. So macht man das als YouTube-Profi. Das ist alles Content. Quantität ist alles. Qualität achtet heute keiner mehr drauf. So ist richtig. Ich habe ja am Streaming und Aufnehmen bin, aber das weiß er ja nicht. Streaming tue ich ja nicht, aber Aufnehmen tue ich gerade. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, auch wenn das traurig ist, dass man sich an sowas gewöhnen kann. Das lässt sich nun mal nicht ändern, früher oder später sterben wir nun mal alle. Ich betrachte es mittlerweile recht nüchtern. So, hoffentlich wird der, nee, hoffentlich wird er nicht wieder ausgebuddelt. Ja, ist doch, wo ist dein Problem, Reini? Da steht, dass Rudi mal nicht ausgebuddelt werden soll. Und was ist deine Reaktion da drauf? Den Kommentar können wir definitiv löschen. Tatsächlich würde ich ihn sogar melden. Aber das würde wahrscheinlich eh nichts bringen, wenn ich jemanden melde. Das ist A, richtig und B, falsch. Aber wenn du ein Problem damit hast, wenn jemand das kritisiert, wenn Rudi ausgebuddelt werden soll, sehe ich das dann richtig, dass du schon irgendwie dafür bist, dass mal nachgeschaut wird, ob Rudi da auch wirklich liegt und nicht irgendwie nur abgehauen ist und jetzt irgendwo als Kommandeur einer Panzerdivision bei irgendeiner Söldenarmee kämpft? Keine Ahnung. Es sind schon wieder zwei Herrschaften vor meiner Haustür. Ich habe das noch nicht richtig eingestellt gerade, weil ich... Und die Hater werden wieder erwähnt. Ja, herzlich willkommen. Wie immer. Sie müssen aus irgendeinem Grund immer genannt werden. Immer ist Action. Super. Ich habe gerade den Rechner neu gestartet. Ich werde mal kurz eben... Geht mal eine Sekunde. Bitte um Entschuldigung. Dann kann man das hier mal kurz... Jetzt zeigt Reini mal wieder seine Kameras und damit auch die öffentliche Straße. Das habe ich überdeckt. Was auf den anderen beiden Kameras zu sehen ist, oben sehen wir anscheinend eine Müllhalde. Es könnte auch Reinis Hof sein. Unten sehen wir ein Unkrautfeld hinter ihm. Ja, es wird sein Hof sein. Sein Grundstück. Rannt sich wie immer. Auf der anderen Seite sehen wir halt die öffentliche Straße und da stehen zwei Jungs und einer von denen winkt. Mal gucken, vielleicht machen die ja noch was anderes. Will ich jetzt schon wieder rumlaufen? Das ist richtig. Die sind da rumgelaufen. Das ist jetzt nicht zwingend kriminell. Was aber verboten ist, Reini, ist es, die öffentliche Straße zu filmen und das live ins Internet zu übertragen. Und was Reini uns damit genau zeigen wollte, kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich Hater sind mein Content. Das gehört halt irgendwie dazu. Aber ich muss die definitiv mir noch in meine Liste schreiben. Ganz wichtig. Winklers Liste muss weitergeführt werden. Das waren zwei Leute. Männlein und Weib. Damit ich das richtig gesehen habe. Die Uhrzeit. Was haben wir denn gerade? So, weiter geht's. Da sind zwei Leute jetzt an seinem Haus vorbeigegangen. Das schreibt er auf. Was auch immer das bedeuten soll, es gehen halt Leute lang. Wenn der Nächste mit seinem Fifi da lang geht oder irgendwer mit dem Fahrrad lang fährt, das kommt alles mit in Winklers Liste. Das muss kontrolliert werden. Das muss dokumentiert werden. Denn, ja, es ist nur völliger Blödsinn. Rainer, du wirst, nee, Rainer, du sagst, du hättest dein erstes Mal erst mit 27. Und jetzt behauptest du mit 19. Rainer, lü, lü, lü. Also, ja, das ist ja richtig, dass Reini sich immer wieder widersprochen hat, wenn er über seine Beziehungen geredet hat, wenn er über Frauen geredet hat. Und man davon ausgehen kann, dass er nie was wirklich mit einer Frau hatte, außer vielleicht mal mit dieser einen Prostituierten, wo es nicht so wirklich funktioniert hat. Und halt, dass er mal Frauen geküsst hat, wenn man sie Frauen nennen will. So wie Mona. Zunächst mal für das Lü, lü, lü und für Rainer werde ich dich bannen. Aber mal abgesehen davon... Ich glaube, das ist furchtbar belastend für die Person. Und die Person, die das geschrieben hat, hat auf gar keinen Fall damit gerechnet, dass sie gebannt wird. Mein Gott, Rainer, das ist wirklich Macht, die du hast. Ich habe nie behauptet, dass ich mein erstes Mal mit 19 hatte. Also, deinen Klugscheißer-Kommentar kannst du gerne für dich behalten. Ihr könnt... Ne, das sehe ich anders. Ich finde das schon gut, wenn Rainer immer weiter mitgemacht wird. Ja, von dem Lord denken, was ihr wollt. Aber auf den toten Vater zu gehen, geht in meinen Augen echt zu weit. Da kriegst du ein Hätzchen dafür, dass ich... Ja, das finde ich auch. Also, so wie der Leifelsburscht sich da ans Grab herangestellt hat, fand ich auch ziemlich daneben. Muss nicht sein. Nämlich auch so. Wenn ihr was gegen mich habt, dann legt euch mit mir an, aber lasst andere... Habt ihr das gerade gehört? Wenn ihr was gegen ihn habt, legt euch mit ihm an. Das war mal wieder ein, kommt zu mir. ... der Menschen daraus, unabhängig davon, ob es jetzt mein Vater, mein Schwester, mein Bruder, mein Junge, mein Cousine, mein Neffe oder sonst irgendwas ist. Denn diese Menschen haben nichts damit zu tun, was ich tue. Schon. Rainer, du hast überhaupt keinen Bruder. Von was erzählst du da gerade schon wieder? Und keiner hat irgendwie Interesse, irgendwas mit deiner Mutter, deiner Schwester oder sonst irgendwem zu tun zu haben. Es sind einfach Trigger. Ganz einfach. Mehr ist es nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Damals hat Rudi aus Ausbreitung der Oger... Ja, Rainer, das ist doch super. Rudi war ein Macher. Er wollte was gegen Oger tun. Er hat den Hammer geschmissen. Ganz ehrlich, solche Leute sind echt asozial. Was hat Rainer gemacht, dass er so gehatet wird? Tja, das... Also das ist jetzt ein bisschen viel Thema für ein kurzes Video, aber ich denke, das wird klar, wenn man sich einige Zusammenfassungen, einige Reactions angeschaut hat, dann weiß man genau, warum Rainer so beliebt ist. Das fragen wir uns alle. Bro, das Game geht seit 8 Jahren und erbaut seitdem jeden Tag. Das zu erklären geht schlecht. Äh, guck mal auf YouTube. Äh, da wird alles ziemlich gut erklärt. Ja, was genau wird er erklärt? Die Tatsache, dass ich meine Meinung vertrete und dadurch gehatet werde. Die Tatsache, dass ich hier und da mal einen Fehler gemacht habe, für die ich mich schon hundertmal entschuldigt habe und trotzdem gehatet werde. Die Tatsache, dass ich mal eine Aussage getroffen habe, die sarkastisch und in Ironie gesagt gewesen war und auch gedacht gewesen ist. Ich hätte ja echt gedacht, ich könnte bei dem Ganzen ruhig bleiben und das einfach so stehen lassen. Aber fangen wir doch mal an, warum du so gehasst wirst. Als erstes deine ganzen Lügen, deine Doppelmoral, deine Umgang mit Frauen, dass du sie zu Lustobjekten degradierst, dass du sie sexuell belästigst auf deinem Discord, dass du sie direkt anschreitst, ihnen Pensybilder schickst. Deine Verharmlosung des Holocaust, die Verharmlosung von terroristischen Anschlägen, indem du das Ganze gleichsetzt mit Besuchen vor deinem Haus, mit dem Umgang mit Menschen auf deinem Discord, wenn du glaubst, dass du Macht hast, dass du die wie Dreck behandelst. Es ist einfach furchtbar, wie du Tiere behandelt hast, in dem Moment, wenn du keinen Spaß mehr an ihnen hattest oder keinen Nutzen mehr in ihnen gesehen hast, dass du dich nicht mehr um sie gekümmert hast. Egal, ob es ein Pferd war, ob es deine Hamster waren oder der Hund, mit dem du nicht klarkamst und natürlich deine widerlichen Äußerungen zu Kindern und wie du zu ihnen stehst. Das sind alles Gründe, warum du gehasst wirst und das ist nur ein Bruchteil davon und da kommt noch eine ganze Menge dazu. Ja, und meistens sind es auch deine widerlichen Lügen, weil die andauernd kommen. Für die ich mich auch entschuldigt habe und die trotzdem mich... Du hast dich niemals ehrlich entschuldigt. Das sind halt so Entschuldigungen wie jetzt gerade. Ach, ich habe mich doch tausendmal entschuldigt. Das ist nichts wert und das glaubt dir kein Mensch. Und das glaubt dir erst recht keiner, weil es andauernd wieder passiert. ...gehatet werde. Das würde mich echt mal interessieren. Äh, was soll ich denn... Äh, was soll ich denn angeben bei YouTube? Äh, ich habe es mir jetzt angeschaut. Muss man darum seine ganze Familie ausgraben? Berecht dich da alles sagen? Ja, natürlich nicht die gesamte Familie. Es reicht ja einer. Man könnte ja zumindest mal gucken, ob er noch da ist und vor sich hin rotiert. Nein. Spaß. Lasst das bitte. Danke. Äh, äh, was wurde aus seiner Familie ausgegraben? Vor wem hast du... Äh, geguckt. Äh, geleugnet. Aha. Äh, den Holocaust geleugnet. Ja, und dafür habe ich mich eine Milliarde Mal entschuldigt und hundert Mal erklärt, dass es eine sarkastische Aussage war. Ja, was denn, Reini? Hast du dich dafür entschuldigt, dafür, was du gesagt hast? Oder war es eine sarkastische Aussage? Oder war es dann doch Hiroshima? Ja, das ist das Problem. Du hast wieder angefangen zu lügen, du hast nach Ausreden gesucht und es hat dir kein Mensch geglaubt. Die ich nicht ernst gemeint habe. Und, dass ich noch nicht einmal an einen Holocaust gedacht habe, sondern an etwas anderes, was die Sache nicht besser macht, aber was die Sache nicht in meinen Augen nicht so schlimm gemacht hätte, weil der Holocaust, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, was ganz anderes ist, wie das, was ich dachte. Ähm, alter, ganz ehrlich, was der jetzt schon wieder erzählt. Es ist ja absolut gruselig und er fängt ja schon wieder an zu relativieren. Der Wahnsinn. Er versteht, glaube ich, gar nicht, was eine Entschuldigung überhaupt ausmacht. Ehrlich, wenn man dafür noch gehatet wird, dass man was dann sarkastisch sagt. Ihr hatet ja auch immer Leute, die schwarzen Humor benutzen. Nur weil ihr den Humor nicht versteht. Und nein. Ach, jetzt war es schwarzer Humor auf einmal. Ja. Ich dachte, jetzt hätte er was verwechselt. Nein, es war schwarzer Humor. Das war bei mir in dem Fall kein schwarzer Humor, sondern Sarkasmus. So, das hier ist auch wieder ein Hating. Ich grüße Rudi aus Buddeln und die Rita aus Weiden. Sollen auch nette Leute aus ganz hübschen Orten sein. Ich weiß gar nicht, was Reinig schon wieder für ein Problem hat. Können wir löschen. Ja, da seht ihr mal, wie meine Kommentare das sind. Das ist der Grund, warum ich nicht so viele Kommentare... Ja, da ging es irgendwie gerade um Rudis Militärdienst, so wie ich das gesehen habe. Kommentarvideos mache. Wir können... Rudi aus Buddeln und Fragen. Ja, aber ob er noch antwortet, ist jetzt die andere Sache. Das wird nicht weiterhelfen. Ach ja, der gute alte Rudi aus Buddeln. Es ist auch irgendwie immer dasselbe. Aber Reini rafft das auch nicht, dass wenn man irgendwas mit Kommentaren macht, die vielleicht vorher mal filtern sollte. Dass man nur Kommentare nimmt, auf die man auch eingehen möchte. Aber dann hat er auch gar keinen Content. Weil ich glaube, hier sind nur drei Kommentare drin, die nicht von Hatern geschrieben wurden. Wenn überhaupt. Und so sehen die Kommentare halt aus, ne? Jetzt kamen doch Freundinnen aus Denken dazu. Die hatten wir heute noch nicht. Ja, es ist wieder was Neues. Wie schön. Ja. Vor allem, die können doch nicht mal Buddeln richtig schreiben. Ähm, das da kommentiere ich mal nicht. Reini, du solltest vielleicht nicht die Rechtschreibung anderer Leute kommentieren. Du bist ja nicht mehr in der Lage, in einem Buch deinen eigenen Namen richtig zu schreiben. Was ist das hier? Money Boy? War aber nicht der echte, oder? Äh, ich dachte, du hättest deinen ersten Samenerguss mit 32. Meinen ersten Samenerguss hatte ich mit 7. Nur mal so am Rande. Äh, Drache, denn... Das sind auch echt Themen, die... Darauf muss Reini auch dringend eingehen. Und was der sich alles merken kann. Fantastisch. Rudi, ja, bla bla bla. Was denn? Drache, dein Rudi A4 hat echt schöne Felgen. Stimmt. Reini hat ja mal die Felgen lackiert. Das heißt, mit einer Spraydose orange angesprüht. War aber zu faul, ähm, die Reifen abzumachen. Und hat die dann mit übersprüht. Was natürlich total schlecht aussah. Aber es ist halt Reini. Reini ist halt faul. Stinkend faul. Dankeschön. Ohne Scheiß, ne? Manche Leute, ne? Äh, ja. Allein für das Profilbild. Wer ist das denn? Ach, das ist, äh, Zuhälter Rudi. Ist doch super. Ogerhilfe Altschauerberg e.V. Ja, schöner Name. Dann lösche ich ihn. Das ist das, was ich meine, ne? Keinen Stil und keinen Charakter haben die Hater. Reini, du hast keine Ahnung, was Stil ist. Du hältst Stil halt für das lange Ende am Besen. Äh, ja. Sollte ich auch vorlesen. Bin ich in meiner eigenen kleinen Weltkarte gewesen. Ähm, äh, die Arme sitzt, äh, jetzt bestimmt im Rollstuhl. Warum eigentlich immer Männlein? Leute, bin bisexuell. Wie oft denn noch? Äh, mach mal drei Arten von, äh, kein Vater. Äh, äh, von dem Geld hat er sich einen schönen Nintendo-Karte geholt. Für fünf Euro. Ups. Äh, äh, skr, skr. Dankeschön. Äh, stimmt schon. Äh, ist das, du der Schanze verkaufst. Nein. Es ist auch wieder klasse, wie, wie er einfach das Ganze vorliest. Er guckt sich sowas natürlich auch vorher nicht an. Wenn man schon Probleme beim Lesen hat, dass man alles vorher einmal durchgeht, damit man weiß, was einen erwartet, dass es einem eventuell leichter fällt, man dann auch in einen Fluss reinkommt. Nein, keine Chance. Es wird irgendwas vor sich hingestottert. Ganz großes Tennis. Und natürlich wird das gemeldet. Er hatte mehrfach erzählt, dass er mehrfach die Schanze verkaufen wollte. Irgendwann hat er es gemacht. Aber egal. Das darf nicht sein. Es stimmt aber, dass ich mein Haus verkaufe. Weil ich habe keine Schanze, die ich verkaufen kann. Äh, äh, muss es immer sagen. Reini, du hast sie selbst Schanze genannt. Du hatte Schanzi, das Schanzenschwein. Äh, komisches Plüschtier. Also erzähl nicht, dass die Hater die einzigen werden, die diesen Begriff benutzen. Das machst du auch. So sehen, ich freue mich dafür über jeden positiven Kommentar, so wie deinen, umso mehr. Der Loverlord. Ähm, skr, skr. Was denn, Reini? Glaubst du etwa nicht, dass das jemand ernst meinen könnte? Ja. Okay. Das ist einmal eine richtige Einschätzung von dir. Das ist einfach nur zynisch. In meinem Audi. Ach, Mann. Ja, das ganze Video wird jetzt irgendwie so. Ja, äh, ich lösche nur Kommentare. Aber es ist auch immer wieder so typischer extremer Hate. Hier benutzt wieder jemand mein Profitbild, weil er... Ja, stimmt. Könnte auch ein schöneres nehmen. Aber das erkennst du halt wieder. Nicht anders in der Lage ist, zu haten. Wieso kann ich den nicht löschen? Vielleicht auch einfach ein Fehler. Immer meine... Die merke ich verarsche von meinem Namen, ey. Äh, äh, Reiner ist einfach... Wenn da steht, der Trauriglord, dann ist das nicht dein Name. Reiner.w. Ach, sympathisch. Ach, Dankeschön. Ein Drachenlord ex... Er kennt auch keinen Sarkasmus. Schade. Dafür braucht man halt, glaube ich, eine Mindestintelligenz. Einen Mindest-IQ. Und ich weiß nicht, ob 85 reicht. Oder 58, je nachdem. Existiert, ja. Äh, Freundin ausdenken. Kannst dich mal Freundin richtig schreiben, aber machst dich über mich lustig wegen ausdenken. Ist klar. Äh, der Emotionallord. Alter, könnt ihr einfach mal aufhören, meinen Namen zu verarschen? Kein Wort damit... Ja, anscheinend ja nicht. Es gibt ja fast nur Kommentare, die irgendwie gegen dich sind. Und denen, denen du ein Herz gibst, die verstehst du manchmal einfach nur nicht. Hände verstanden. Da kann ich leider auch nichts dahin dann. Äh, 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 Geschichte von der Drachenschanze. So was hier in der Drachenschanze gibt es nicht. Die gibt es nur in euren Köpfen, Leute. Es gibt mein Haus und es gibt mich. Und alles darüber hinaus ist Nonsens. Äh, deine Freundin ausdenken Etzela. Aber, ja, wenn du ein Etzela dahinter hängst, macht die Sache auch nicht richtig. Genau, Etzela darf nur Reini benutzen. Das ist sein Privatfränkisch. Versprochen. Einen zwei Reine will wohl keiner. Tja, dann würde ich sagen... Ach, Reini, das könnte auch heißen, einen zweiten Reini will wohl auch keiner. Es geht da wohl darum, dass du keinen Nachwuchs kriegen sollst. Zieh dich. Ganz dickes Cap. Äh, okay. Brodi aus Buddeln. Ähm, wir lieben dich. Kannst du... Ich würde gar nicht auf Kommentare reagieren und die ganze Zeit alles löschen. Ja, das machst du doch. Du reagierst damit ja auf jedes Kommentar und zeigst den Leuten ja, dass die damit weitermachen sollen. Weil du ja jedes Mal reagierst. Du löscht sie. Das ist ja eine aktive Handlung. Sie merken ja, dass du dadurch Meta wirst. Sie glauben, die Geschichte ist wahr. Die Geschichte ist wahr. Äh... Polana-Garten. Ah, schon kann ich mich alleine. Äh... Geile Reaktion von ihm. Von ihm. Achso, von meinem Vater meinte aber schon nicht die Reaktion. Äh, verstehe man noch nicht, dass die Leute runterkriegen, schreiben. Anstatt unterkriegen, aber gut. Äh... Hä? Du hast mit 27 das erste Mal, aber holst mit 19, äh, ein Kondom... Was? Ein Kondomli. Ja? Ich hatte das erste Mal mit einer Frau mit 27. Soviel zum Thema bis 27 gewesen. Lungfrau bis 27 gewesen. Ja, weil ihr nie... Reini, nein. Die glauben einfach nur nicht seine Lügengeschichten. So einfach ist das. Zuhört. Ich hab euch das schon hundertmal erklärt, wie das gelaufen ist. Äh... Äh... Der Rainer hat noch nie einen weggesteckt. Naja, dann haben wir ja was gemeinsam, ne? Blut plus blöd, dass ich schon was weggesteckt hab. Mehrmals. Mashallah, Ehrenmann, Ischallah, in Paradies. Keine Ahnung, was das heißt. Ähm... Äh... Äh... Tust mir mega leid, auch wegen deinem ganzen Hatern. Dankeschön. Aber bitte bemitleidet mich nicht, weil es gibt Menschen auf der Welt, die verdienen viel mehr Mitleid als ich. Ähm... Ich bin nur... Ja, das seh ich auch so. Du verdienst überhaupt kein Mitleid, weil alles, was dir passiert, ist provoziert. Du könntest dich jederzeit aus dem Internet zurückziehen, du könntest aufhören, die Leute zu provozieren, aber das ist einfach nicht deine Art. Du gehst immer auf die Hater ein. Selbst momentan, wo du nur im Discord unterwegs bist, schreibst du selbst da über die Hater. Du kannst einfach nicht ohne. Irgendein Typ, der im Internet Videos macht. Äh... Hey Lord, kann ich dir mit meinem Freunden auch Kuchen vorbeibringen? Nein. Ach, das sind jetzt endlich mal Kommentare, auf die ich reagieren kann. Äh... Nein, du sollst nicht da hingehen, den Kuchen vorbeibringen, schick ihn einfach mit der Post. Dann muss er nicht mit dir interagieren, das ist ihm lieber. Ähm... Das ist bestimmt wieder ein Fehler von YouTube. Äh, von TikTok. Ähm... Der benutzt ja schon wieder Profil, bitte, von mir. Und hier laufen schon wieder die ersten Hater rum. Die Hater werden mal wieder erwähnt. Ja, schöne Grüße gehen raus an die Leute, die gerade da mit dem Hund spazieren gehen oder was da auch immer los ist. Aber das kommt jetzt gleich auf jeden Fall in Winklers Liste rein. Mann, ich warte immer noch auf die Polizei, die noch nicht da war. Warum wartet er auf die Polizei? Wegen den beiden Leuten, die vorhin vorbeigelaufen sind? Was soll die Polizei da jetzt machen? Es ist einfach ein Unding, wie die Polizei von ihm belästigt wird, für nichts. Was das an Steuergeldern gekostet hat, über die Jahre, wird wahrscheinlich eine mittlere sechsstellige Summe gewesen sein. Aha. Äh, du dir einfach einen Ehrenmann. Boah, ich kann dieses Wort Ehrenmann echt nicht mehr hören, ne? Ja, Reini, das liegt hauptsächlich daran, dass dich noch nie jemand Ehrenmann genannt hat. Weil jeder weiß, dass du keine Ehre besitzt. So einfach ist das. Ich gehe aus dem Paulaner Garten. Ja, verarschen kann ich mich alleine. Äh, ich werde... Keine Ahnung, was das heißt. Äh, er hatte... Der hatte, tut mir leid. Ach, der Hate meint er wahrscheinlich. Ähm, ähm, äh, obwohl ich eigentlich gar nicht cool sein möchte, ne? Weil die Leute... Reini, mach dir keine Sorgen. Mach dir da bitte keine Sorgen. Kein Mensch würde dich irgendwie für einen coolen, gelassenen Typen halten. Du bist das absolute Gegenteil davon. Die von meiner Tür stehen halten sich auch immer für cool und so möchte ich definitiv nicht sein. Hast du sie weggemettert? Ja, aber ich meddle dich auch gleich weg. So, da bist du weggemettert. Äh, mein Peileit. Mein Peileit mit deinem Vater. Ich hätte mir vielleicht ein anderes Video raus müssen, ne? Ich bin hier nur am liken und am sperren. Äh... Jetzt muss ich sagen, ich weiß gar nicht, welches Video das genau war. Ja, es scheint ja irgendwas gewesen zu sein, wo er erklärt hat, irgendwas mit einer Beziehung, wenn die ganze Zeit was darüber schreiben, hier mit 19 und jetzt mit 27. Und irgendwie geht's trotzdem dabei um Rudi. Und jetzt weiß ich nicht, ob er mit vier Jahren zusammen mit Rudi im Wald das erste Mal jemanden weggeflankt hat oder was er da auch immer in diesem Video erzählt hat. Ganz skurrile Sache wahrscheinlich. Äh, der Playboy-Lord. Och, komm ey, ganz ehrlich, meinen Namen verarschen mag ich gar nicht. Äh, da kommt der Lügen-Lord. Ja, und der Bannhammer, der Lügen-Bannhammer fliegt auch gerade auf dich zu. Äh, solltest du dich vielleicht ducken? Obwohl, wenn er zurückkommt, der bestätigt trotzdem Lord-Gang. Lash-Lord-Gang finde ich auch geil. Äh, äh, Ehrenmann. Ja, möchte ich jetzt nicht unbedingt kommentieren. Ich mag dieses Ehrenmann. Ähm... Ja, an diesem lachenden Smiley mit dem Tränen in den Augen sollst du vielleicht auch erkennen, dass das nicht ernst gemeint war. Keiner hält dich für einen Mann der Ehre, Reini. Nicht in diesem Leben. Bis zum nächsten Mal, Alter. Man kommt hier nicht aus dem Lutschen raus, ne? Wenn man hiermit anfängt, dann geht das den ganzen Tag so weiter. Äh, sagt mir mal in die Kommentare, ob ihr das so besser findet oder ob ihr es lieber so habt wie vorher, wo ihr mich ganz normal da sitzen seht. Tschö, tschö. Reini, am besten ist eigentlich ohne dich. Wir haben Reini jetzt zugesehen, wie er Kommentare wegmeddelt und glaubt, er hat es jetzt den bösen, bösen Halern gezeigt. Wir haben noch ein kurzes, zweites Video mit dem Titel Test, ähm, Comeback. Es geht darum, Reinis Kanal wurde wohl irgendwie gestrikt und er konnte keine Videos hochladen, aber trotzdem irgendwie noch streamen. Und wir wissen ja, wie ernst Reini das immer schon genommen hat mit Strikes und Uploads verboten. Hat er ja schon mal, äh, ja, endgültig dann gemerkt, als YouTube seinen Account weggemeddelt hat und ihm einen Lifetime-Ban verpasst hat. Sehr schön, sehr angenehm. Es gab schon vorher die Gelegenheiten. Hier war zum Beispiel eine, eine Möglichkeit. Reini streamte kurz. Er benutzt tatsächlich mal sein Greenscreen. Er ist nicht grün, aber er wird jetzt einfach auf schwarz geschaltet. Vielleicht hat er auch wieder vergessen, Rechnungen zu bezahlen. Er hat keinen Strom mehr, deswegen ist es so dunkel. Wie auch immer. Hau rein, Reini. Ähm, ich will nur kurz was testen. Ähm, gerade schon ein Video aufgenommen. Ähm, aber ich kann es nicht hochladen. Ähm, ich mache nur ein paar Minuten, weil ich habe Schiss, dass mein Kanal gelöscht werden könnte oder sowas, wenn ich jetzt einen Stream mache. Das ist total clever. Wenn du Angst hast, dass dein Account gelöscht werden könnte, wenn du streamst, dann würde ich auf jeden Fall anfangen zu streamen. Das ist richtig clever. Und was mir wieder auffällt, die Haterfliege ist, wie er da, es scheint sehr intensiv zu riechen. Da ist sie sofort drauf abgefahren. Eigentlich keine Videos in den Streams machen kann. Ähm, aber die Funktion für den Stream ist freigeschalten, wenn die Funktion für das Video nicht freigeschalten ist. Ähm, ich muss das morgen mal mit YouTube klären. Ähm, ähm. Ähm, und jetzt ist es so, dass es aber bei den Streams nicht der Fall zu sein scheint. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich streamen darf. Das muss ich jetzt... Ja, wahrscheinlich nicht. Aber es haben dich leider zu wenig Leute gemeldet. Es wäre eine Gelegenheit gewesen. Aber, wie gesagt, ein Jahr später war es dann endlich soweit. Und die Zeit auf YouTube war für dich für immer gegessen. Jetzt morgen mit YouTube schnell klären. Also bin ich jetzt auch gleich wieder weg. Es tut mir leid. Ähm, das muss ich mit YouTube mal klären. Ähm, ich habe nämlich keinerlei Info darüber. Normalerweise dürfte das gar nicht funktionieren, dass ich jetzt streame. Aber ich habe in der letzten Zeit auch mehr Fehlermeldungen bei YouTube gehabt. Ähm, ähm. Ähm, irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Okay Leute, dann bin ich schon wieder weg. Ähm, ähm. Ich werde es morgen... Fehlermeldungen bei YouTube? Meistens liegt es ja nicht am Programm. Es liegt einfach am Benutzer. Der wird wahrscheinlich nicht wie er komplett überfordert gewesen sein. Am Vormittag, morgen Mittag mal mit YouTube klären. Ähm, mit dem Partner-Support. Ähm. Reini, das erzählst du jetzt zum dritten Mal. Das Video läuft noch nicht mal eine Minute. und du wiederholst dich. Komm auf den Punkt. Ähm, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie stressere Schwierigkeiten mit YouTube bekommen. Wenn ich nicht streamen darf, dann streame ich auch nicht gut. Wenn ich nicht streamen darf, dann streame ich auch nicht. Reini, was machst du gerade? Bist du gerade kackduscht, kochst du gerade, sitzt du draußen und grillst? Oder streamst du? Denk mal ganz scharf nach. Ähm, äh, 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 das habe ich halt auch schon geschrieben. Im Community-Bereich findet ihr das. Ähm, ich hoffe, dass mein Account nicht gesperrt wird, weil ich jetzt kurz gestreamt habe, obwohl es eigentlich gesperrt sein müsste. Wie gesagt, falls YouTube es kurz sieht, ich werde es, wie gesagt, auch nochmal anmerken bei YouTube. Ich habe keine Ahnung. Ist das der Hammer? Falls YouTube das gerade sieht und ich nicht streamen darf. Hallo YouTube, ich streame gerade. Schade. Das hat YouTube leider nicht gesehen. Oh, es war ihnen egal. Ich weiß nicht, ob das jetzt absichtlich ist, dass das freigeschreitend ist. Es wäre natürlich cool, weil dann könnte ich euch wieder mehr Content liefern. Zumindest über die Stream. Noch mehr Qualitäts-Content. So wie immer, wo du dir so viel Mühe gibst. Ich meine, du benutzt ja jetzt gerade sogar deinen Greenscreen. Er ist schwarz. Wahnsinn. Man sieht zumindest die Falten nicht. Der Hammer. Äh, dass ich dann ab morgen in der Community... Boah, Alter. Man merkt, ich bin nervös, ähm, weil ich jetzt kurz halten will. Also, ich werde... Reini, das ist eigentlich wie immer. Du hast keine Ahnung, was du erzählen willst. Wenn du Ahnung hast, was du erzählen willst, kriegst du es nicht auf die Kette. Das ist kein Unterschied zu sonst. ...morgen einen Community-Beitrag schreiben, ob ich wieder streamen darf. Und wenn ich wieder streamen darf, ab wann ich wieder streame. Oder ob ich nicht streamen darf. Und das jetzt eine einmalige Sache war, dass ich das kurz ausprobiert habe. Und ob das funktioniert oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich das wieder darf. Das muss ich jetzt mit denen erstmal klären. Äh, äh, drückt mir die Daumen. Können wir ab morgen wieder regelmäßig streamen. Tschö, tschö. Nein, Reini, darfst du nicht. Du bist irgendwann von YouTube weg. Aber richtig clever. Das ganze Video, diese zwei Minuten, hatten null Inhalt. Bis darauf, dass er allen erzählt hat, dass er nicht... Dass er keine Videos hochladen darf. Und wahrscheinlich auch nicht streamen. Was er aber auch im Community-Post gemacht hat. Das heißt, alle, die es eh interessiert hätte, also keinen wahrscheinlich, weil großartig Drachis gibt's eh nicht. Und, na gut, die Hater hätten vielleicht auf ihr Match ein bisschen warten müssen. Kann passieren. Aber das Risiko einzugehen mit so einem Quatsch, dass der Kanal weggemässelt wird, ja, ist reichlich naiv. Und genau ein Jahr später wird's dann für immer weg gewesen sein. Dann war's das mit YouTube. Sehr schöne Sache. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Wir sind durch für heute. Morgen gibt's mehr, Matt. Wenn ihr informiert werden wollt, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr auf meinem alten Video steht, guckt gerne in die Playlists. Ich hab das alles ein bisschen sortiert. Und falls ihr bei meinem ganzen Gelaber schon wieder vergessen habt, wo ihr eigentlich seid... Du heißt Gerson Rüdiger, heißt du? Genau, beim Rüdiger. Gernotten. Untertitelung des ZDF, 2020